Hallöchen, da sind wir schon, wir spielen gerade Herford Basis TDM Bombe und zwar in Rainbow Six Siege und übrigens, ich habe schon angefangen, ne? Also wir sind schon fast im Match drin, jetzt bin ich mal gespannt, ansehen kein Favelas, weil da habe ich nämlich immer so ein Buch, das ich dann in der Drohne festhänge, das wollte ich euch eigentlich mal zeigen, aber bis jetzt kommen keine Favelas, also, nope. So, gucken wir mal hier, das ist natürlich immer schön für diejenigen, dass die einen Hinterhalt hier machen können. Hallo, ich häng fest, verdammt. Ja, ich bin mal gespannt, die haben die auf jeden Fall lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. Oh, das Scoot-Up-Point. Der ist gut. 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt, rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Alter. Danke schön. Der hängt da irgendwo. Da hängt der drin. Hier? Genau. Ist ja falsch, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Der Schafer ist jetzt gesichert. Die Bombe wurde lokalisiert. Ich bin die Ladung bereit. Hallo. Achso, ich muss ja Hand gedrückt halten, ne? Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Alter! Ein verwanderer Operator vom eigenen Trupp. Ich hab da drauf gehalten. Also irgendwie... Der Schafer wurde erneut gesichert. Tch. Naja. Ich nix mehr sagen müssen, ne? Irgendwie komisch. Na gut, okay. Das war gut geschaut. Gut gemacht. Nicht schlecht. So, wem nehm' ich denn da? Hm. Komm, weil Kyra hat ne geile... geile Shotgun. Nehm' ich die einfach mal, ne? Und mal gucken, vielleicht können wir das ja diesmal schaffen. Ach ja. Ja. Und auf geht's. CC-TV wurde von BattleEye aus dem Spiel verlegt. Äh, das Ding ist da. Na gut. Und nochmal. Oh. Wollte ich eigentlich nicht. Scheiße, ich krieg' ich ja nicht mehr weg. Es bleibt nur noch 10 Sekunden. Äh, noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Neue Kameraübertragung los. So. Wo mache ich meinen... Ich habe die Wand verstärkt. So. So. Okay, hier ist niemand. Meinen. So. Ey, was? Wie hat mich denn da jemand getroffen, bitteschön? Tja, ja, ist klar, ne? Der wusste komischerweise wieder, wo ich bin. Ah ja. Okay, der war gut geschossen. Habe ich wenigstens die Assassins? Äh, Assas-Assist? Mein Gott, ein Assist? Das wäre sinn-leil-sinnfrei. Habe ich nämlich die Fuse wieder mal. Ich habe sogar zwei Assists. Wow, wie habe ich das dagegen gekriegt? Querschläger, wa? Hehe. Ach ja, so, mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. Es werden aber ganz schön viele vom Battle-Eye rausgekickt, wa? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, dann wieder hier durch. Hoppeln. Verdammt. Oh, die haben zwei weniger. Wir sind auf jeden Fall unten, würde ich sagen. Zehn Sekunden bis Einsatz. Noch fünf Sekunden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eine Bombe muss lokalisieren und entschärft werden. So, ab in den Keller. So, wie sieht das aus? Das ist gleich, wo glaube ich denn gerade hier mal wieder rum? Boah! Alter, habe ich mich erschreckt. Verdammt! Die Bombe wurde lokalisiert. Spezielle Ladung. Abstand halten. Bombe wurde lokalisiert. Ich hoffe, das reicht so. One, one-facht's-Floch. Ich habe mich jetzt mal erspannter. Drohne bereit. Drohne bereit. Ah, bin ich mal gespannt, wie die das mal hinkriegen. Oder wie die das hinkriegen. Oh, wie die das hinkriegen. Ich muss mich jetzt hier drin denken, dass das Puls ist, der da sitzt. Da war einer. Fast schloch. Gegen fast schloch. Der ist. Wo noch ein Gegner übrig. Der macht's immer nur mit der Pistole, ne? Das ist ihm auch gefallen. Der haut ja das voll rein, Leute. Der ist ja mal, hör mal, ähm, Profi, sag ich da nur. Also, ich bin eigentlich zu nichts gebrauchen momentan. Also, irgendwie sieht's so aus, als wenn ich hier am besten aufhöre. Nicht nur Kapka, mit dem habe ich bis jetzt immer am meisten Glück gehabt. Dass irgendjemand in so einer dumme Falle gelaufen ist, ne? Die Bomben schützen. Stop. Also, ich bin da eh, momentan irgendwie, nichts zu sehr zu gebrochen. Oh, hab ich sogar getroffen. Magazinwechsel. Nur noch fünf Sekunden. So. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Kameraden aktiviert. Gerät wurde aktiviert. Mach ich noch hier eine dran, ne? Schwerer scharf gemacht. Abstand halten. Schwerer kamerabtragung läuft. Schwerer kamerabtragung läuft. ok blackbird door main door oh no kopf alter ich hab den noch voll getroffen mann guck mal nix abgezogen was soll denn das und irgendwie hat er keinen recoil kann aber sein also das spiel ich glaube wenn das weiter so ist mit den mit dem buch dass man den anderen spieler nicht trifft kann ich auch direkt aufhören das spiel zu spielen weil das bringt ja nichts einen entschärfer neben einer bombe platziert zerstört ihn nur noch ein gegner übrig entschärfer lokalisiert sofort genau das ist nämlich oben oben mach doch mal mach 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 das gibt's doch nicht mission des eigenen trupps gescheitert bombe entschärft ich hab's gesagt oben war das jetzt ein war das jetzt geschafft oder hatten wir zwei eins geführt ich weiß das gar nicht hm merkwürdig naja auf jeden fall ich fuse und wieder null und zwei assists also ich bin richtig toll ähm ich sag einfach mal pfff scheiße aber das ist auch wenn ich drauf baller da passiert nix das ist äh ist jetzt schon mehrmals passiert äh vorgefallen und von daher weiß ich nicht genau ob ich nächste Woche noch weitermache das hab ich aber schon gehört dass das anderen auch schon aufgefallen ist das hatte gesagt was wahl wurde die du na gut haben wir auf jeden Fall erstmal aufgerecht das so gut zehn sekunden und fünf sekunden bis zum einsatz wir wissen wo die bombe ist das ist natürlich sehr entschärfer wurde erneut gesichert rück zur bombe vor und entschärft sie du hast den entschärfer fallen gelassen ich lade nach hat er mir immer den den entschärfern die finger gedruckt so zu sagen ein riesiges verdammtes das war das Ah, scheiße, wenn da jemand war. Da war grad nämlich jemand, da hab ich genau gesehen. Ah, hat er ja nicht schafft. Okay, auf jeden Fall erst mal los, ne, und weiter. Äh, no one on A. Right, right on S. Go. Go the hell. Ah. Ich trau mich nicht. So, bin ich der einzige, der jetzt hier drin ist, oder was, draußen? Geh jetzt einfach rein. Mehr als verlieren kann man nicht. Ja, ist klar. Ja, in deinem Besitz. Ist klar. Also, als ob. Eigener Druck neutralisiert. Als ob, ne? Das, äh, der hat ja schon vorher gewusst, dass ich da bin. Guck da. Achso, das war ich ja gar nicht. Naja. Okay. Okay. Also, es war mal ne Niederlage. Und, ähm, schlechter ging's nicht. Also, bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao. Nächste Woche werd ich wohl nicht mehr, äh, RSS spielen. RBS jetzt. Tut mir leid, aber da ist irgendwas fehlerhaft in dem Spiel. Also, bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.